Hey Leute, willkommen zum Affinity Photo Crashkurs hier auf meinem Kanal. Wir werden in diesem Video alle wichtigen Punkte hier in Affinity Photo durchgehen, so dass du anschließend in der Lage bist, deine eigenen Bilder hier im Programm bearbeiten zu können. Einmal kurz vorneweg möchte ich erwähnen, dass du in der Videobeschreibung den Link findest zu meinem Affinity Photo Komplettkurs, also ein wirklich ausführlicher Kurs mit mehreren Stunden Videomaterial, in dem wir alle wichtigen Details wirklich ganz genau durchgehen und auch gemeinsam interessante Bildeffekte Schritt für Schritt erstellen werden. Wie gesagt, den Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit diesem Video hier. So, wenn wir Affinity Photo öffnen, dann kriegen wir immer dieses Fenster hier angezeigt. Von hier aus haben wir gleich die Möglichkeit ein neues Dokument erstellen, die Möglichkeit finden wir dann hier unten. Wir können aber auch dieses Fenster am Start deaktivieren, wenn wir diesen Haken hier rausnehmen, dann wird uns das in Zukunft auch nicht mehr angezeigt. Solange es angezeigt wird, können wir aber wie gesagt hier das neue Dokument auswählen. Dann haben wir hier verschiedene Voreinstellungen, die wir treffen können. Ich zum Beispiel wähle hier für dieses Tutorial die Web-Voreinstellung mit einem klassischen Breitbildformat hier. Und wenn wir hier ein passendes Format gewählt haben, dann können wir hier einfach auf Erstellen drücken und dann öffnet sich einfach ein leeres Projekt. So, der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist die Benutzeroberfläche von Affinity Photo. Die Benutzeroberfläche besteht im Grunde aus einzelnen Fenstern. Wir haben hier rechts in der Leiste zum Beispiel unsere Farbeinstellung, darunter die Ebenen, darunter das Protokoll. Wir können diese ganzen Fenster verschieben, wie wir möchten. Wir können diese Fenster zum Beispiel auch greifen mit der linken Maustaste und sie komplett rausziehen oder sie irgendwo anders wieder einfügen. Also das sind alles frei verschiebbare Fenster, die wir anpassen können, wie wir möchten. Wenn hier mal irgendwas durcheinander kommt, du irgendwas aus Versehen verschoben hast, wie auch immer, dann gibt es immer die Möglichkeit, das Ganze wieder auf die Standardansicht zurückzusetzen. Und zwar finden wir hier oben den Punkt Ansicht. Und unter der Ansicht finden wir dann den Punkt Studio. Und unter Studio wiederum finden wir den Punkt Studio zurücksetzen. Wenn wir da einmal drauf drücken, dann wird im Grunde wieder alles zurückgesetzt. Wir sehen jetzt dieses Farbstudio, das befindet sich wieder hier an dieser Stelle, an der es gewesen ist. Ja, also diese einzelnen Fenstern, du hast es vielleicht schon gemerkt, die nennt man eben Studios. Das ist der richtige Begriff dafür. Und diese Studios, die können wir frei konfigurieren, wie wir möchten. Was wir vielleicht auch gesehen haben, ist, dass wir hier unter Ansicht und Studio viel mehr Studios zur Auswahl haben, als uns tatsächlich angezeigt werden. Denn und zwar sehen wir nur die Studios, die hier momentan mit einem Haken markiert sind. Das heißt, alle anderen werden uns momentan gar nicht angezeigt auf der Benutzeroberfläche. Ich würde auch mal behaupten, die wirst du am Anfang auch gar nicht brauchen. Aber ist natürlich gut zu wissen, falls man mal was nicht findet. Das versteckt sich dann hier in diesem Untermenü. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für unsere Werkzeuge hier. Die finden wir in der linken Leiste. Und auch diese Werkzeuge, vielleicht sehen die bei dir momentan ein bisschen anders aus, ein bisschen anders angeordnet. Und wir finden nämlich genauso zu den Werkzeugen hier unter der Ansicht, dann hier den Punkt Werkzeuge anpassen. Wenn wir da draufklicken, dann öffnet sich dieses Fenster. Und in diesem Fenster finden wir dann alle Werkzeuge, die wir auch tatsächlich hier im Programm zur Verfügung haben. Und das heißt, wenn du mal eins nicht findest, dann wird sich das hier verstecken. Und du kannst diese Werkzeuge einfach dann mit der linken Maustaste per Track & Drop hier in deine Leiste reinziehen. Beziehungsweise genauso auch Werkzeuge aus der Leiste hier rausnehmen und dafür mit einem anderen austauschen beispielsweise. Das wäre im Grunde schon mal so das Wichtigste zu dieser Benutzeroberfläche. Natürlich finden wir hier ganz standardmäßig unter Datei dann die Funktion zum Abspeichern und auch zum Exportieren von unserem Projekt. Das sollte man noch wissen. Und damit wäre es das aber auch schon für diesen ersten Punkt hier mit den wichtigsten Infos. So, im zweiten Schritt schauen wir uns jetzt die Werkzeuge ein bisschen genauer an. Wir wissen ja jetzt, die Werkzeuge, die sind hier in der linken Leiste. Und wichtig zu denen ist zu wissen, dass wenn wir so ein Werkzeug anklicken, dann erscheint jeweils zu jedem Werkzeug hier oben in der Leiste die dazugehörigen Einstellmöglichkeiten. Also egal welches Werkzeug wir anklicken, sehen wir immer, dass sich hier oben was verändert. Und das sind eben immer die Einstellungen, die zu diesem Werkzeug dazugehören. Wie wir die Werkzeuge austauschen können, wo wir die restlichen finden, das wissen wir ja bereits. Und damit wäre das auch schon so das Wichtigste, was du hier erstmal wissen solltest. So, kommen wir dazu, Bilder einzufügen in unser Projekt. Das Ganze brauche ich, denke ich, gar nicht vormachen. Ich will hier nur erwähnen, du hast zwei Möglichkeiten, zwei Hauptmöglichkeiten, sage ich mal. Und zwar kannst du einfach per Drag & Drop aus deinem Bilderordner die Bilder hier in dein Projekt reinziehen. Du kannst die entweder hier in ein leeres Projekt reinziehen, dann befindet sich das Bild hier eben irgendwo auf deinem Hintergrundblatt, nenne ich das jetzt mal. Du kannst aber auch Bilder hier oben in diese Leiste reinziehen, ja, also einfach hier in diese grau hinterlegte Leiste mit der Maus, dich dann reinbewegen mit dem Bild und dann wird dein Bild nämlich als eigenes Projekt geöffnet. Das mache ich mal kurz vor. So, ich habe jetzt das Bild hier eben, wie gesagt, hier oben in die Leiste reingezogen und sehen wir, dann wird einfach ein komplett neues Projekt mit diesem Bild erstellt. Also dieses Bild füllt dann mein gesamtes Projekt aus und nicht wie in diesem Fall, wenn wir hier jetzt eins reinziehen, dann befindet sich das Bild hier eben einfach irgendwo auf meiner Seite. Das ist hierbei einfach der entscheidende Unterschied. An der Stelle auch gleich das Wichtigste zum Anpassen der Bilder und auch zu unserer eigenen Ansicht und zum Zoomen. Wenn wir ein Bild verschieben wollen, dann brauchen wir immer dieses Verschieben-Werkzeug hier. Das ist das mit diesem Mauszeigersymbol. Wenn das angewählt ist, dann können wir unsere Bilder hier positionieren. Wir können sie in der Größe anpassen. Wir können sie hier drehen. Wir können auch die Perspektive verschieben, indem wir die Maus hier zwischen diesem Drehsymbol und diesem mittleren Ankerpunkt hier einfach setzen. Dann sehen wir, dass diese zwei Pfeile erscheinen und von hier aus können wir dann eben das hier anpassen. Das wäre so das Wichtigste zum Verschieben-Werkzeug. Dann zu unserer eigenen Ansicht ist wichtig, wenn du ins Bild reinzoomen möchtest, dann gibt es dazu natürlich zum Beispiel dieses Zoom-Werkzeug hier. Ist aber alles ein bisschen umständlich, wie ich finde, da man dazu immer die Werkzeuge hin und her wechseln muss. Viel einfacher ist das einfach die Steuerungstaste gedrückt halten, dabei dann das Mausrad bewegen, also das Mausrad drehen, hin und her. So kannst du rein und raus zoomen. Wenn du das Mausrad gedrückt hältst und dabei dann die Maus bewegst, dann kannst du dich hier in der Ansicht bewegen und so können wir uns eigentlich ziemlich frei bewegen. Wenn jederzeit, egal welches Werkzeug gerade angewählt ist, haben wir die Möglichkeit uns hier im Bild zu bewegen und so eben flüssig arbeiten zu können. Schauen wir uns als nächstes mal kurz die Ebenen an. Wir finden ja die Ebenen hier rechts in diesen Studios. Die können wir einmal anklicken, damit die sich öffnen. Und dann sehen wir in unseren Ebenen, wir haben momentan zwei Bildebenen hier in unserem Projekt drin. Das sind diese beiden Bilder, die ich hier eingefügt habe. Ganz kurz zum Grundprinzip, wie Ebenen funktionieren. Das Grundprinzip ist im Endeffekt in jedem Programm dasselbe. Und zwar ist es einfach so natürlich, dass die obere Ebene immer die untere Ebene verdeckt. Das heißt, ich habe dieses Bild mit New York, mit dieser Stadt hier momentan in der oberen Ebene. Das heißt, auch wenn ich dieses Bild hier rüberschiebe, dann verdeckt das Bild die darunterliegende Ebene. Also das Bild mit der Frau am Flughafen wird dadurch verdeckt. Wenn ich diese Ebenen jetzt tausche, das kann ich einfach machen, indem ich sie gedrückt halte und hier einfach runterziehe. Und dann sehen wir nämlich, jetzt verdeckt eben das Bild mit der Frau, das Bild mit der Stadt, also genau andersrum. Ein ganz einfaches und logisches Prinzip, denke ich, das ist im Grunde, wie Ebenen funktionieren. Wir haben hier die Möglichkeit, Ebenen auszublenden, indem wir diesen Haken rausnehmen. Dadurch bleibt die Ebene weiterhin bestehen, aber wir bekommen sie einfach nicht mehr angezeigt. Wir können hier ansonsten noch die Deckkraft runternehmen einer Ebene. Das heißt, umso weiter wir die runternehmen, umso mehr wird die darunterliegende Ebene sichtbar. Also scheint durch die obere durch. Wir haben auch jederzeit die Möglichkeit, eine neue Ebene einzufügen, also eine leere Ebene. Das funktioniert dann hier auf diesem Symbol Pixel-Ebene hinzufügen. Dadurch entsteht eine neue, leere Ebene. Und zum Schluss noch, wir können Ebenen gruppieren. Das heißt so, dass wir immer zwei Ebenen gleichzeitig bearbeiten können. Wenn ich zum Beispiel diese beiden Bilder in eine Gruppe packe, dazu klicke ich das eine Bild an, halte die Steuerungstaste gedrückt und klicke das zweite Bild an. Drücke dann auf dieses Ebenen-Gruppieren-Symbol. Dann habe ich beide in einer Gruppe. Und jetzt kann ich nämlich beide Ebenen hier freihand verschieben und muss nicht jedes einzelne Bild einzeln bearbeiten. Das ist in vielen Fällen sehr wichtig und praktisch. Wird oft benötigt. Das noch als kleine Info. Im nächsten Punkt schauen wir uns die Anpassungsebenen an. Die Anpassungsebenen sind dazu da, um unsere Bilder farblich zu bearbeiten. Wir finden diese Anpassungsebenen dann hier unter den Anpassungen. Haben hier dann verschiedene Möglichkeiten. Können zum Beispiel die Helligkeit und Kontrastwerte für unser Bild einstellen. Dabei öffnet sich immer hier so ein neues Fenster. Wenn wir hier jetzt Einstellungen vornehmen, ich erhöhe zum Beispiel mal den Kontrast, nehme die Helligkeit ein bisschen runter und schließe das Fenster einfach wieder und schaue dann in die Ebenen rein. Dann sehen wir in den Ebenen, dass dadurch auch eine eigene Anpassungsebene entstanden ist. Und auch mit dieser Ebene ist das Prinzip das gleiche wie mit den Ebenen allgemein. Und zwar verdeckt ja die obere Ebene immer die darunter. Und bei der Anpassungsebene bedeutet das, dass alle Ebenen, die sich unter der Anpassungsebene befinden, werden auch von diesen Einstellungen betroffen sein. Das heißt, diese Kontrast- und Helligkeitseinstellung wirkt sich jetzt auf beide Bilder aus, da beide Bilder sich unter dieser Einstellungs- bzw. unter dieser Anpassungsebene befinden. Wenn wir jetzt möchten, dass sich diese Anpassung nur auf eins der beiden Bilder auswirkt, dann haben wir dazu zwei Möglichkeiten. Wir können entweder natürlich das eine Bild einfach über die Anpassung drüber setzen. Dann sehen wir schon die farbliche Veränderung. Dann wird dieses Bild eben nicht mehr von dieser Ebene angepasst. Wir haben aber auch die Möglichkeit, diese Anpassungsebene in das Bild reinzusetzen, damit sich wirklich diese Anpassung nur noch auf dieses eine Bild auswirkt. Also wir können diese Anpassungsebene nehmen und bewegen die dann in die Ebene rein, sodass dieser blaue Balken hier rechts neben dem Bild erscheint. Und wenn ich jetzt loslasse, dann wirkt sich wie gesagt die Anpassung nur noch auf dieses eine Bild aus. Und obwohl diese Ebene eigentlich unter der Anpassung sitzt, kriegt die Ebene nichts mehr von der Einstellung ab, da die jetzt in das Bild eingefügt wurde. Unter den Anpassungen haben wir dann natürlich noch viele verschiedene Anpassungsmöglichkeiten für unsere Bilder, farbliche Anpassungen. Wichtig ist einfach, dass man hier das Grundprinzip verstanden hat. Die einzelnen Möglichkeiten, die kann man dann natürlich einfach selbst mal ausprobieren. So, zum Schluss noch ein, denke ich, sehr interessanter Punkt ist das Freistellen. Wenn wir Dinge aus unseren Bildern ausschneiden wollen, vom Hintergrund freistellen wollen, dann machen wir das folgendermaßen. Wir haben in der linken Leiste normalerweise unseren Auswahlpinsel, falls er nicht da sein sollte, wissen wir ja jetzt, wie wir ihn einfügen können. Wir wählen diesen Auswahlpinsel aus. Dann haben wir hier oben in der Einstellleiste die Einstellmöglichkeiten für unser Werkzeug. Und zwar sind wir gerade im Hinzufügen-Modus. Das heißt, wir fügen etwas zu unserer Auswahl hinzu. Genau das wollen wir auch. Wir können hier die Pinselbreite anpassen. Die mache ich mal ein bisschen größer. Und dann ist ganz wichtig, dass dieser Punkt an Kanten ausrichten, dass der aktiv ist. Dann werden wir jetzt etwas mit unserem Pinsel markieren, dann wird Affinity Photo das Ganze ganz automatisch an den Kanten eben ausrichten. Und das mache ich mal hier bei dieser Frau hier im Vordergrund. Ich zoome mal ein bisschen rein, Steuerungstaste gedrückt halten und Mausrad drehen. Dann können wir mit der linken Maustaste hier einfach mal ein bisschen drüber fahren. Und dann sehen wir schon, obwohl ich jetzt nur in der Mitte ein bisschen was markiert habe, wird das Ganze schon so ganz automatisch hier an den Kanten ausgerichtet von der Person, die ich gerade freistellen will. Ich markiere das Ganze jetzt mal so ganz grob. Und im Nachhinein nehmen wir dann eben die Detailarbeiten daran vor, also die Nachbesserung. Wichtig ist für den ersten Schritt, dass mal alles markiert ist, was ich markiert haben will. So, und das wäre jetzt der Fall. Und jetzt wollen wir das Ganze nachbessern. Dazu gehe ich dann wieder in den Subtrahieren-Modus hier oben. Den hier auswählen. Dann mache ich den Pinsel mal ein bisschen kleiner. Und jetzt markieren wir die Stellen, die wir nicht mehr ausgewählt haben wollen. Also hier links zum Beispiel wurde zu viel ausgewählt. Das mache ich mal so ein bisschen rückgängig. Ja, und da sehen wir, so können wir das Ganze eben jederzeit nachbessern. Wenn wir mal einen Fehler gemacht haben, wenn wir irgendwas markiert haben, was wir nicht markieren wollten, und einfach schnell zurückspringen wollen, dann haben wir hier unten unser Protokoll. Das Protokoll zeichnet jeden unserer Arbeitsschritte auf. Und wir können eben von hier aus jederzeit wieder zurückspringen. Wir können einfach diesen Regler hier beispielsweise zurückziehen. Dann sehen wir auch, wie diese ganze Auswahl hier wieder rückgängig gemacht wird. Oder wir können eben auch hier in dieser Liste, da sehen wir unsere letzten Tätigkeiten, was wir zuletzt verändert haben, und können auch hier eben diese einzelnen Punkte anklicken. Das noch als Hinweis, um Schritte rückgängig zu machen. So, dann versuchen wir einfach hier jetzt mit dem Subtrahier-Modus das Ganze möglichst gut auszuwählen. Diese ganzen Dinge, die wir nicht mehr markiert haben wollen, eben wieder entfernen von der Auswahl. Wir sehen jetzt hier, am Arm wurde wieder zu viel entfernt. Da gehe ich dann wieder in den Hinzufügen-Modus und füge den Arm wieder hinzu. So, wenn wir eine Auswahl getroffen haben, die uns gefällt, dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die freizustellen. Die schnellste Möglichkeit ist, hier in die Ebenen reinzugehen. Und unter den Ebenen finden wir dann den Punkt Maskierungsebene. Wir können jetzt aus unserer Auswahl eine Maske erstellen. Dazu eben auf diesen Punkt klicken, während die Auswahl aktiv ist. Und dann sehen wir schon, wird unser Objekt, bzw. was auch immer wir hier ausgewählt haben, automatisch freigestellt. Allerdings jetzt eben mit sehr harten Kanten, sage ich mal. Also alle kleinen Ecken und Kanten sind jetzt in der Auswahl mit drin. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Deswegen gibt es dann noch eine bessere Funktion. Dazu gehen wir jetzt wieder einen Schritt zurück. Und das können wir eben ganz einfach hier über das Protokoll machen. Und dann schauen wir uns nämlich mal die andere Möglichkeit an. Und das werden wir oben über den Punkt verfeinern. Wenn wir da einmal draufklicken, dann erscheint unsere Auswahl hier abgegrenzt vom Hintergrund. Also wir sehen jetzt alles, was wir nicht ausgewählt haben, ist jetzt so rot hinterlegt. Und unsere Auswahl steht ein bisschen hervor. Da können wir nochmal richtig sehen, was wir gerade ausgewählt haben. Und dann haben wir hier noch ein paar Einstellregler, mit denen wir so ein paar Nachbesserungen an der Auswahl vornehmen können. Wir haben hier einmal die Randbreite. Wenn wir den Regler verschieben, dann sehen wir, was der ausmacht. Und zwar macht er einfach so einen weicheren Übergang zwischen der eigentlichen Auswahl und eben dem Hintergrund, also dem Ausschnitt. Wir haben hier auch die Möglichkeit, das Ganze zu kletten. Das heißt, wir haben ja gerade eben diese ganzen kleinen Ecken und Kanten gesehen, die bei der Auswahl entstanden sind. Und wir können einfach dafür sorgen, dass so gerade Linien, die aus lauter Ecken bestehen, einfach geklettet werden. Dadurch wirkt die Form dann so ein bisschen weicher. Da kann man eben einfach so damit spielen, mit diesen ganzen Reglern, bis man hier ein gutes Ergebnis hat. Da sehen wir jetzt zum Beispiel schon hier an dem Arm, das Ganze sieht jetzt eben schon deutlich geklettet aus und nicht mehr so komisch. Genau, wie gesagt, da kann man einfach ein bisschen hier experimentieren, bis man so eine perfekte Auswahl für sich selber getroffen hat. Und dann kann man hier unter der Ausgabe dann auswählen, ob man das Ganze jetzt wieder als Maske ausgeben will, so wie wir das jetzt gerade eben schon gesehen haben. Oder als komplett neue Ebene, also den Ausschnitt wirklich als eigenes Bild eben ausgeben. Das mache ich jetzt in dem Fall mal. Dann auf Anwenden drücken. Und damit hat man dann seinen Ausschnitt hier auch schon direkt freigestellt. Das ist jetzt natürlich keine perfekte Auswahl gewesen, aber denke ich, für dieses Beispiel hier vollkommen in Ordnung. Wir sehen jetzt in den Ebenen haben wir einmal unsere neue Ebene, die wir erstellt haben. Unser Hintergrundbild ist aber weiterhin vorhanden. Wir können hier den Haken wieder setzen, dann sehen wir das auch wieder. Und dabei lässt sich auch gleich ein schöner Effekt erstellen. Zum Beispiel können wir jetzt diese Hintergrund-Ebene anwählen und diesen Hintergrund jetzt unscharf machen und den Vordergrund scharf lassen. Dadurch kriegen wir so einen künstlichen Unschärfe-Effekt. Unscharf machen können wir das Ganze über einen Filter und die finden wir hier oben in der Leiste unter Filter, dann unter Unschärfe. Und dann gibt es hier die Gaussche Unschärfe. Die wähle ich einmal aus und dann sehen wir schon, entsteht gleich dieser Effekt. Ich nehme vielleicht diesen Effekt ein bisschen runter noch. So kommt das, denke ich, ganz gut rüber. Dann auf Anwenden drücken. Und schon haben wir hier so einen kleinen Bild-Effekt erstellt. Ganz schnell und einfach gemacht. Das wäre es im Endeffekt dann auch schon mit diesem kleinen Crash-Kurs hier zu Affinity Photo. Wenn du ganz neu in dem Programm bist, dann hoffe ich, dass du hier ein bisschen was mitnehmen konntest. Wenn du jetzt mit dem Gelernten gleich ein bisschen weitermachen möchtest, dann schau gerne auf meinem Kanal vorbei. Da findest du verschiedene Videos, wo wir Schritt für Schritt interessante Bild-Effekte erstellen. Da gibt es eine ordentliche Auswahl bereits auf meinem Kanal. Schau da gerne vorbei und ansonsten nochmal, wie gesagt, auch in der Videobeschreibung mein kompletter Affinity-Fotokurs. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da und dann hören wir uns hoffentlich bald mal wieder in einem meiner nächsten Videos.